Hier weiter. Oh, da hinten kommen ein paar Zombies angelaufen. Sollten wir uns hier ein bisschen beeilen. Schön da drüber klettern. Aber wir müssten auch noch eine Knarre kriegen. Ich kann mich erinnern, das ist im Trailer. Im Trailer habe ich ein paar Schüsse gesehen. Quarantäne, das selbst, all die Warnungen könnte ich nicht. Was ist das? Kann man hier auch ruhig so sammeln? Alles. Was macht er? Was ist denn hier mit S ohne was? Jetzt sind wir jetzt schon wieder in so einen scheiß Tunnel. Die Grafik ist eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Woher kommt es? Oh Gott. Was heißt denn, gibt es hier irgendwas zu looten? Gucken wir mal, gucken wir mal. Ah! Oh Gott. Jetzt bin ich doch tatsächlich erschrocken. Oh oh. Habt ihr die Skills gesehen? Soll er jetzt auch erschrocken? Also ich bin es auf jeden Fall. Ziel wird vom 21. Februar 86. Vorsicht, die Sowjetunion ist im All. Darin geht es also um die Ressourcenstellen, die die Russen ins All geschossen haben. Salz, Salz, Schrottplatz. Ah, da unten liegt eine Axt. Los, sammeln's auf. Hä? So. Oh, die steckt noch ein Kopf von dem Zombie. Da fliegt sogar der Kopfholt beim rausziehen. Thanks, buddy. Linke Maustaste, um die Axt zu schwimmen. Gegner in der Nähe wegzustoßen und Schlösser und Bretter aufzubrechen. Sag mal, wo sind die Zombies? Okay, weiter. Na gut. Linke Maustaste. Ah, da oben vorne meine Kollegen. Alles. Oh Gott, die kann man mit der Axt nicht umbringen. Oh Gott, mit der Axt kann man keine Zombies umbringen. Das wird ja lustig. Ich dachte, wir können da mit der Axt nicht zum Kopf ohnehacken. Guck mal, ist da unten. Da sitzt einer. Das ist mir. Nein, der Zombie hat mich von hinten ermordet und jetzt frisst er mich auf. Das jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Guck mal, hier oben auch über das Auto klettern. Ich glaube, es geht nicht. Wir müssen auf jeden Fall unten lang. Los, kommt. Oh Gott. Stöß hinweg. Oh Gott. Zum Glück, geschafft. Schön drüber. Jetzt wird es langsam interessanter. Die haben gute Synchronisationen, ja. Gott. Da ist er was. Nein. Nein. Ich muss mich verletzt. Mein Mind ist wandern. Ja, dein Mind ist wandern. Guck mal hier. Da ist ja ein Rollenspiel-Gen, kommt wieder durch. Es ist nicht immer leicht, die begegnen mit diesen Schattensäuern. Doch zum Glück bin ich noch am Leben, aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels? Meine Frau Shannon, meine Tochter Lydia. Werde ich sie wieder sehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden, muss es schaffen. Guck mal. Rund, 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 rund. Rund, 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 rund. Gut. Juhu. Äh. Juhu. Hinten fallen die ganzen Zombies runter. Und unten zermatscht sie. So, schön hier runde klettern. Guck mal. Warte mal runter klettern oder drüber springen. Lass mal runter klettern. Ja, hier ist noch was zum Aufsammeln. Ein 100, ein 100 Dollar mit der Karikatur von Benjamin Wankling. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert, aber die Zeichnung auf diesem Gesicht ist witzig. Das ist der. Ah ja, toll. Ich lese natürlich jetzt die ganzen Seiten durch. So, gucken wir mal. Da muss man doch drüber springen können. Okay, so geht's nicht. Also mit Sprinnen. Ein normaler Sprung ging nicht. Ja, woher kommen meine Browskills wieder raus? Da sieht er wieder, was ich kann. Muss ich jetzt echt nach unten? Nee. Ich muss hier weiter nach oben. Hinten kommen die ganzen Zombies im Berg runtergerollt. Jetzt sollte ich lieber nicht hier runterfallen. Achso, nee, warte. Ich kann da, ich kann da von hier hochklettern. Verdammte scheiß Schatten. Ach, das sind keine Zombies, die sind Schatten. Gibt es irgendwas zu looten? Nee. Warte mal, hier unten ist was zum looten. Guck mal. Das soll ein Medikit oder so sein. Den finde ich ab und zu. Guck mal mal. Schöne was? Oh, jetzt eine Zwischensequenz oder was? Hoffentlich wieder ohne Sound. Natürlich. Ohne Sound in Zwischensequenz. Was ist das für eine Scheiße? Wieso müssen wir ihn noch hängen? Ölsten zeigen, dass wir Macht haben. Sie sollen wissen, dass wir sie im Auge behalten. Wer? Diese Dinger? Nein, ich meine Überlebenden. Was interessiert es dich überhaupt? Befehl ist Befehl. Lass uns den nächsten holen. Das bin ich. Mann, da wiegt ja eine Tonne. Hey Kumpel, was hält länger? Das Haus eines Marmors oder das eines Tischlers? Ich wette um hundert Mäuse, dass du irgendwas... Das ist das eines Tischlers. Wenn du sowas fragst, wirst, antworte einfach. Das lange ist der Haupt, ist das des Totengräbers. Grabsteine halten ewig bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Was für ein Arschloch. Oder lebt noch? Und jetzt beißt er meinen Hals. Der hat Angst. Der wird niedergebissen. Blut spritzt. Der hat eine Knarre. Der schießt ein bisschen um sich. Es regnet. Der Zombie ist aufgeweckt. Er steckt in sein Auto. Fährt fort und lässt seinen Kumpel zurück. So, und der Sound kommt natürlich wieder. Scheiße, das in den Zwischensegment. Da frisst noch sein Kumpel rum. Was bedeutet sie, ein Augenblick auf die Survivoren zu halten? Ordnungen von Hoh? Oh, es hat gelaggt. Oh, was ist los? Oh, was muss man jetzt machen? Ach ja. Oh, jetzt kommt sogar so eine Musik wie bei Walking Dead. Was ist das für eine geile Scheiße? Die Musik erinnert mich aber ganz stark an die Titelmelodie von The Walking Dead. Oh. Nein. Rennt. Mann, die scheiß Zombies haben mich schon wieder zweimal gebissen. Eigentlich müsste ich schon wieder zum Zombie werden. Äh, mach die Tast rein. So. Oh, oh. Die Zombies haben eigentlich bloß... Liegt hier irgendwas oder was, weil ich hier hoch kann? Nee. Und jetzt? Die Zombies waren aber knatter. Ich weiß ja mal, wenn meine Stimme weg bleibt und ich nicht mehr erzähle, dass die Anspannung steigt. Guck mal, was hier ist. Die News war richtig. Something big happened in der Stadt. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. So. So, guck mal. Hier ist nichts. Schön langsam. Hm. Das ist halt scheiße. Das kenne ich halt. Nee, das kenne ich eben nicht an. Nee, geht nicht. Ich kann von irgendeinem nicht wegspringen. Das geht nicht. Da hinten stehen Zombies. Das ist ziemlich unheimlich hier irgendwie. Trotzdem ist es bloß ein Sidescrolling-Spiel. Das ist trotzdem ziemlich unheimlich, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt Flix und Fix machen müsste. Gott. Oh oh. Und da brutzle ich im Strom. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auf das Auto klettern müssen. Okay. Für den nächsten Versuch wissen wir es. Mal gucken, wo wir jetzt wieder starten. Aha, wieder vorne. Das ist hier drüben. Das hat ja nicht funktioniert. Brauchen wir nicht nochmal probieren. Das ist hier drüben. So, jetzt vor. Die Zombies schlafen noch. Das ist echt gut gemacht. Wenn man sogar rennt, hält sich einer leider. Da fliegt man noch so ein kleines Steck weiter. So müssen wir das machen. So. So. So müssen wir das machen. So müssen wir lang klettern. Weil ich einfach nur ein Profi bin. Weil ich einfach nur ein Profi bin. Und jetzt. Achso, ich muss. Ah, ich verstehe. Die Kiste muss ich hier rausziehen. Hier unter den Mast, damit ich da drauf kann. Ein kleines Stück. Das Auto dort oben steht aber gefährlich. Ich habe irgendwie Angst vor dem Auto. Schön hier rauf. Boah. Das war wieder lustig. So, hier raufklettern. Das war вечера 44. Welchen? Ok.